Die Vereinigten Staaten von Amerika sind enorm verschuldet. So hoch verschuldet, dass es kein Zurück mehr gibt. Ganze 34 Billionen US-Dollar stehen auf dem Bierdeckel der aktuell noch Weltmacht, wenn man so will, der USA. Das sind unglaubliche 264.000 US-Dollar je Steuerzahler in roten Zahlen. Wer jetzt also glaubt, dass die USA ihre Schulden ja schon irgendwie jemals zurückzahlen können, der kann sich ja mal so ein bisschen überlegen und ausrechnen, welche Sachleistungen die Steuerzahler erst einmal erwirtschaften müssten, um überhaupt dieses Geld auf den Tisch legen zu können. Stattdessen, was macht man? Man nimmt neue Schulden auf oder druckt eben Geld. Am Ende des Tages ein ewiger Kreislauf, der sich wahrscheinlich auch nicht so einfach durchbrechen lassen wird. Und das wird auch seine Auswirkungen auf die Börsen haben. Nicht zuletzt natürlich auf Gold, aber eben auch zum Beispiel Bitcoin und die jeweiligen Miner des Assets. Zusammen schauen wir heute deswegen mal verschiedene Analysten-Einschätzungen rund zum Thema Gold an. Und wir wollen uns eigentlich heute der Frage widmen, wohin denn der Goldpreis bis 2024 steigen könnte. Mein Name ist Jan Wilhöf von axinocapital.de. Wir investieren seit 35 Jahren in einerseits Rohstoff, aber auch Edelmetallaktien und wollen euch unser Wissen und natürlich auch unsere Erfahrungen aus diesem Bereich, aber auch aus unserem internationalen Netzwerk, was wir haben, hier auf dem YouTube-Kanal weitergeben. Und wenn ihr aus unseren Videos hier einen Mehrwert für euch und auch euren Alltag als Investoren mitnehmen könnt, dann gebt uns doch gerne mit einem Daumen nach oben, vielleicht auch mit einem kurzen Kommentar ein bisschen was zurück. Das freut uns nicht nur, sondern hilft uns auch, die Videos weiter zu verbreiten. Geht Gold denn nun in den nächsten Monaten endlich durch die Decke oder sind wir hier schon am Top angelangt? Das ist im Prinzip die Frage, insbesondere seitens Investoren in den letzten Wochen. Wir von axinocapital, wir sind in den letzten Jahren äußerst bullish und begründen das hier in den Videos natürlich auch immer wieder. Natürlich auch immer unter der Voraussetzung, dass es hier nie eine Anlageberatung ist und ihr solltet bitte immer unseren Disclaimer beachten. Aber bei jedem Mal, wo dann der Goldpreis natürlich absackt, wenn man bullish auf Gold ist, dann kommen natürlich unter unseren Videos auch immer Kommentare wie, ja, ich hab's euch doch gesagt, das Gold, das steigt nicht und diesmal wird's wieder nicht hochgehen und was nicht alles. Aber in den letzten Wochen, da wurden diese Stimmen irgendwie auch ein bisschen leiser. Ja, der Goldpreis, der hat sich durchaus, vielleicht auch sogar unerwarteterweise, sehr gut ins neue Jahr 2024, ich will nicht sagen gerettet, aber er hat sich einfach sehr gut gehalten über der Marke von 2000 US-Dollar. Und auch wenn es so kleine Turbulenzen jetzt schon am Anfang des Jahres gab, stehen wir aktuell immer noch auf 20, 30 US-Dollar. Das Ganze ist natürlich keineswegs sicher, dass es auch so bleibt. Im Gegenteil, jeder Aufschwung ist seit jeher auch immer mit einer, ja, kleinen Korrektur versehen. Das heißt, durchaus ist auch nochmal damit zu rechnen, dass wir vielleicht auch nochmal unter die 2000 US-Dollar gehen. Langfristig sind wir aber, wie gesagt, bullish. Wir haben es ja in der letzten Woche schon sehr gut gesehen, ich hab's ja gerade kurz angesprochen, nachdem das Protokoll des Federal Open Market Komitees veröffentlicht wurde und viele Anleger daraus dann eine, ja, mögliche Verzögerung der, ja, bevorstehenden Zinssendungen aus diesem Dokument entnehmen konnten, da sackte der Goldpreis eben innerhalb von, ja, wenigen Stunden ordentlich ab. Und dann, ich glaub, es waren gerade mal so anderthalb Stunden später, da wurde ein schlechter als erwarteter ISM-Index veröffentlicht und der hat den Goldpreis dann wieder auf, ja, Höhen schießen lassen. Ja, es ist also extrem volatil und die Anleger, die, ja, die springen eigentlich von einem Dokument zum nächsten und man sucht sich irgendeine Information, geht der Goldpreis jetzt hoch, wann hab ich das richtige Timing und jeder Privatanleger versucht eigentlich, die Entwicklung von Gold möglichst auf die Unze genau voraussagen zu können. Doch Fakt ist ja, gerade die großen Investoren, die, die ja wirklich Kohle machen am Markt, ja, die gehen jetzt nicht so kündlich in Gold rein und raus. Klar gibt es immer Trader, aber gerade die vermögenden Menschen, die Gold als Absicherung nehmen, die auch langfristig auf steigende Preise setzen, die kaufen und verkaufen Gold nicht innerhalb von Sekunden. Doch über genau die Leute wollen wir sprechen, vor allem auch Wall-Street-Analysten. Und wir wollen mal heute darüber sprechen, wie blicken die auf die Situation rund ums Gold. Und bevor wir in die Analystenmeinungen ins Detail reinschauen, möchte ich euch ganz kurz hier die Seite von US Global Investors zeigen. Das ist der, ja, eine Vermögensverwaltung von Frank Holmes. Frank Holmes, den kennt man vielleicht, wenn man aus dem Goldsektor ist. Er wurde schon als Fondsmanager des Jahres in diesen Gold- und Rohstoffbereichen ausgezeichnet. Frank Holmes hat auch eine Bitcoin-Mining-Firma namens Hive Digital Technologies, die auch auf axinocapital.de zu finden ist. Das heißt, der Frank Holmes, der verwaltet in den USA so zwischen 3 und 4 Milliarden US-Dollar. Und wir sind sehr gut eben mit ihm verknüpft. Er schrieb hier in einem seiner jüngsten Berichte, dass eben gerade seit Anfang des Jahrhunderts gerade die nationalen Schulden und auch zu dem der Goldpreis eine sehr starke Korrelation haben, nämlich mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,9. Im Prinzip heißt das, mal ganz einfach erklärt, man sieht es hier in grün, geht die Verschuldung der Staaten hoch, dann steigt auch der Goldpreis. Und wir sehen hier, warum Korrelationskoeffizienten von 0,9. Es ist ziemlich, ziemlich genau. Klar, wir hatten ja mal den Ausschwung von Gold rund um das Jahr 2009, 10, 11, 12 und dann kam ja wieder der Crash. Aber grundsätzlich geht der Goldpreis eben gemeinsam mit der globalen Verschuldung zusammen nach oben. Und dass sich die Verschuldung in den nächsten Monaten und Jahren senkt, das haben wir zum Anfang schon kurz besprochen, das ist nicht mehr möglich, weil die USA gerade diesen Point of No Return schon überschritten hat. So viel zumindest mal, wenn man langfristig guckt. Also ich glaube, langfristig ist gerade in einem System, was inflationär ausgelegt ist, in einem Fiat-Geldsystem, wo es immer darum geht, das Geld zu entwerten und Gold immer einen stabilen Wert behält, ist klar, dass der Goldpreis eigentlich steigen muss. Ja, nochmal, alles keine Anlageberatung. Aber wir schauen jetzt mal auf kurz- bzw. mittelfristige Meinungen. Ernst Hoffmann von Kitco News, der hat sich eben auch gefragt, was Analysten denn zum Goldpreis sagen und hat sich verschiedene Meinungen angeschaut, welche ich euch hier kurz einmal zeige und dann eben auch um vielleicht auch andere Meinungen von Analysten ergänze und dann für euch einordnen werde. Zum einen haben wir hier James Stanley, das ist ein Senior Market Strategist bei Forex.com und er geht eben davon aus, dass der Goldpreis durchaus auch nochmal einen kurzfristigen Rückgang in der nächsten bzw. jetzt in dieser Woche erleben würde, denn er geht eben davon aus, dass ein Widerstand, der sich schon lange anhäuft, im Prinzip vorerst nicht überwunden werden könnte. Aber trotzdem sagt er, er würde nicht bezweifeln, dass dieser Widerstandspunkt von Gold im Laufe des Jahres definitiv überwunden werden würde. Und das spricht auch wieder für einen kurz- bis mittelfristigen Ausbruch, vielleicht jetzt aus Tradersicht nicht zwingend in der nächsten Woche, aber gerade die ersten Monate des Jahres sind eben noch eine gute Saisonalität für Gold und dort könnte das durchaus passieren. Wir schauen mal weiter, nämlich Adrian Day, das Präsident hier von Adrian Day Asset Management, ist also auch ein Vermögensverwalter und er hat ebenfalls seine kurzfristige Einschätzung des Goldpreises auf, ja, Bullish geändert. Denn er ist davon überzeugt, dass die FED den Weg der Zinssenkungen nicht mehr abändern wird. Und das ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Wichtiges, ja. Sie werden vielleicht, so sagt er es eben auch, hier sehen wir es, den, ja, Zeitpunkt, an dem man sagt, dass die Zinsen jetzt gesenkt werden, noch mal etwas nach hinten schieben. Aber dennoch geht er stark davon aus, dass die Zinssenkungen kommen werden und auch das spricht eben wieder für Gold als Anlageklasse. Sean Lusk, das ist Co-Direktor für kommerzielle Absicherung bei der Welch Trading, der fragt sich sogar laut diesem Bericht, also er geht noch mal einen Schritt weiter, ob denn die FED wirklich weiß, was sie tut. Ja, denn einerseits sagt er, wenn die Zinsen gesenkt werden würden, würde das die Inflation eher wieder anheizen. Na, wir wissen es ja, Inflationen kommen häufig in Wellen und das befürchten eben viele Analysen auch für dieses Mal. Werden aber die Zinsen nicht gesenkt, so könnten eben auch Aktien immer weiter in Probleme kommen. Denn gerade die US-Wirtschaft, das ist ja uns allen bekannt, die echtst und kratzt eigentlich schon jetzt total unter der Last der hohen Zinsen. Jetzt ist also die Frage, will man diese Qual für die US-Wirtschaft noch verlängern und dann gegebenenfalls auch Firmen pleite gehen lassen? Das wäre eben auch wieder gut für Gold. Also insgesamt kann man durchaus sagen, dass die FED sich jetzt in eine Sackgasse manövriert hat, welche in jedem Fall eine sehr positive Ausgangssituation für Gold liefert und das ja auch noch zu einem Zeitpunkt, wo wir sehr nah des Allzeithochs sind. Wir stehen jetzt mit dem Goldpreis nicht irgendwo bei 1.600 US-Dollar und hoffen jetzt auf Zinssenkungen, damit wieder ein bisschen Drive in den Markt kommt, sondern wir stehen nahe des Allzeithochs und wir haben zudem noch eine sehr gute Ausgangssituation. Und auch Adam Button, das ist der Leiter der Währungsstrategie bei forexlive.com, sagte zu dem Thema, dass jetzt eben alles so ausgerichtet ist, dass der Goldpreis hochgehen müsse. Doch er sagt auch, dieser sollte vielleicht auch mal zeitnah liefern und eben laut dem Analysten zum Ende des Monats doch mal Richtung 2.080 oder 2.100 US-Dollar schließen, um eben diesen Sprung, diesen Absprung auch endlich zu schaffen. Er beschreibt so ein bisschen krasser, er sagt, entweder man muss es jetzt schaffen oder Gold sollte im Prinzip eher schweigen. Ja, wir sehen das jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen anders differenzierter. Wir können ja alle sehen, wie volatil aktuell der Markt ist und wie wichtig die Veröffentlichung, insbesondere der FED und anderen Institutionen, zumindest mal für die Masse der Marktteilnehmer geworden ist. Und wir sollten zumindest mal die offizielle Verkündung einer Zinssenkung seitens der FED abwarten, um dann eben zu sehen, in welche Richtung der Goldpreis dann gehen. Bevor man sich hinstellt und vom Goldpreis einen sofortigen Ausbruch fordert. Ja, der Markt plant im Prinzip die Zukunft mit ein, doch die Frage ist ganz klar, insbesondere nach den letzten Meldungen, ob zum derzeitigen Zeitpunkt die Zinssenkung im Gold wirklich eingepreist ist, gerade wenn man sich auch die kriegerischen Auseinandersetzungen anschaut, kann ich es mir fast nicht vorstellen. Aber ihr könnt mir ja schreiben, was ihr denkt. Wir wollen uns hier gemeinsam austauschen und gegenseitig voneinander lernen. Wenn ihr der Meinung seid, der mögliche Zinssenkungen seien schon eingepreist, dann schreibt es uns gerne. Aber einen möglichen Ausbruch, der sieht eben auch Douglas Darby. Hier auf LinkedIn hat er einmal darüber geschrieben, dass er ganz klar davon ausgeht, dass wir den Ausbruch schaffen. Und er untermauert seine Behauptung eben auch damit, dass eben gerade der 60-Tage-Durchschnitt über die 2.000-US-Dollar-Marke ausgebrochen ist. Und laut ihm hat es eine 80-prozentige Chance mit sich, dass eben der Goldpreis jetzt nochmals weiter vorangeht. Das ist natürlich alles Statistik. Und auch 80 Prozent sind nicht 100 Prozent. Aber es ist eben nochmal ein weiterer Indikator dafür, dass der Goldpreis gerade auch von der technischen Sicht, nicht nur fundamental, sehr gut dargestellt ist. Er orientiert sich hierbei an einem Chart-Pattern, welches bereits zum Goldausbruch über die 1.000-US-Dollar-Marke vor nun ja jetzt schon einigen Jahren sehr gut funktioniert hat und damals galt. Und er sagt eben jetzt, dass sich wieder seit ungefähr Ende Juni 2023 eben dieser Pattern so entwickelt. Und das Ganze ist natürlich keine Garantie dafür, dass es eben dieses Mal auch wieder gleich abläuft. Doch hat eben die Aussage von Douglas Darby Bestand, wäre das Tief des Goldpreises wohl am oder um den 12. Januar 2024 erreicht, bevor dann eben neue Hochs bevorstehen. Soviel zumindest jetzt mal zu den Meinungen verschiedenster Analysten, die eben ganz eng an der Wall Street verwandelt sind, die vielleicht auch eben mit High Net Worth Individuals zusammenarbeiten und ihnen die Richtung weisen. Das darf man ja nie vergessen, wie relevant und wichtig das Ganze ist. Doch was sagen wir eigentlich dazu von Axino Capital? Wolfgang Seibold, der ist seit 35 Jahren insbesondere am Edelmetallmarkt, aber eben auch im Rohstoffsektor als Investor aktiv. Und ich habe ihm einfach mal gefragt, was er für die kommenden Wochen und Monate im Goldpreis sieht. Haben wir jetzt also 2024 das Jahr für Gold? Oder wie schätzt du das für die nächsten Wochen und Monate ein? Also auf die Wochen ganz genau kann ich es natürlich nicht schätzen. Ich habe auch keine Glaskugel, aber ich glaube, das Jahr 2024 ist wirklich das Jahr für Gold. Wir haben ja eine Durststrecke bei den Goldaktien. Die werden auch hoffentlich wieder etwas mehr Interesse bekommen bei den Anlegern. Aber Gold, glaube ich, wird das zentrale Währungspolitik, Mosaiksteinchen, ja, ich würde schon sagen, Juwel werden. Und es wird sich sehr viel um Gold und Silber drehen dieses Jahr. Auf jeden Fall. Das war jetzt hier mal ein Ausschnitt aus unserem Video, was wir aufgezeichnet haben, unser Interview. Das wird hier morgen auf dem YouTube-Kanal online kommen, in voller Länge. Da könnt ihr euch noch mal mehr dazu anschauen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Beachtet bitte immer unseren Disclaimer. Das Ganze ist hier natürlich keine Anlageberatung. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns doch gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video schon wieder.